Musik Hm, ich sollte was zu essen holen. Oh, Kekse. Lecker. Okay, was noch? Ein Kürbis? Ich könnte einen Kuchen machen. Ist das alles? Lassen Sie mich nachzählen. Das sind 17 Sammünchen. Bau- oder Kreditkarte. Oh, Sammy, du hast mich erschreckt. Ich wusste nicht, dass du immer noch dieses Supermarktspiel spielst. Ich arbeite hier, Lady. Bitte bezahlen. Schnell. Na gut, ich zahle back. Wo ist das? Hier. Sie haben doch eine Kasse, oder? Eine Woche? Eine Kasse? Noch nie gehört. Wirklich nicht? Wie willst du dein Bargeld annehmen? Komm mit, ich mach dir eine. Wirklich? Was würdest du für mich tun? Hurra! Ciao, Susi. Ich hab es schon gemalt. Wie findest du es? Oh, das sieht bezaubernd aus. Lass uns keine Zeit mehr verlieren. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Aber wie bauen wir es zusammen? Gibt es eine Anleitung? Ich führe dich. Kannst du mir eine Heißklebepistole besorgen? Die brauchen wir heute wirklich. Meine Heißklebepistole kommt sofort. Wir haben alles hier im Supermarkt. Danke, Sammy. Jetzt fangen wir an, den äußeren Karton zusammenzubauen. Seid vorsichtig, Freunde. Okay? Genau so. Und ich bin fast fertig. Übrigens, das sind nochmal 15 Zermenchen. Was? Aber ich bin doch diejenige, die dir hier hilft. Das soll alles umsonst sein? Nimm's nicht persönlich, Susanne. Das ist reingeschäftlich. Okay, dann ist das wohl so. Also, wo ist der Kätzchen-Teil? So können wir jeden Tag zusammen rumhängen. Entschuldigung. Kitty ist jetzt Hauptkassiererin. Was? Kitty? Wie konntest du nur? Ich bin Hauptkassierer. Verläufst du mich aus? Sammy, geh auf damit. Wir brauchen kein Drama. Das Blau sieht doch gut aus, oder? Hier sind noch ein paar. Und die Rückwand nicht vergessen. Jetzt, wo Kitty-Chefkassiererin ist, kann ich mal Pause machen? Ja, klar. Ein richtiger Bastler hat keine Zeit zum Ausruhen. Wir fangen ja gerade erst an. Okay, okay. Hey, wer ist da? Stopp, stopp. Das ist nicht umsonst. Bezahlung. Machst du Witze? Quack. Hey, was machst du? Das ist mein ganzes Geld. Jetzt, geh auf. Das ist nicht mal Geld. Komm zurück. Ich bin betrogen worden. Du armes Ding. Diese Streifen können wir gut gebrauchen. Ich nehme an, du kannst sie als Bezahlung ansehen. Damit verdecken wir die Schnitte. Damit alles schön und ordentlich aussieht. Es ist nicht gut fürs Geschäft. Nur damit du es weißt. Wenigstens sind wir mit der Grundfarbe fast fertig. Schau dir das an. Das sind zwei identische Teile. Und ich liebe es, wie es auf unserer Bastelei aussieht. Hm. Ich wünschte, ich könnte noch mehr Streifen finden, um die Schnitte abzudecken. Können wir jemanden helfen? Was für Himmels Willen tun sie heutzutage in diese Kogummis? Oh, Sammy. Wo soll ich das Geld hinlegen? Ich verstehe nicht. Ich war gerade dabei. Wir basteln eine Geldkassette. Ich hole noch mehr Teile. Jetzt müssen wir nur noch eine Box zusammenbauen. Das ist ganz einfach. Das kennt ihr sicher alle. Ah, sieht gut aus. Sam, hast du den Filz für die Box gesehen? Hä? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Irgendwas stimmt nicht. Puh. Danke, dass du mich gerettet hast, Susi. Mal sehen, ob dieses Stück Filz die richtige Größe hat. Hm. Ich glaube, es passt perfekt. Oh. Und es ist toll, dass wir genug Stoff haben, um auch die Innenseite der Wände zu bedecken. Oh, also, was war ich? Oh nein, nicht schon wieder. Ah, Hilfe, Hilfe. Oh, was für ein Glück. Guck mal, was der Schleim da reingeschleppt hat. Vergessen wir auch nicht die Geldtrenner. Voila. In das eine Fach kommen die Scheine, in das andere die Münzen. Und womit machen wir die Kasse auf? Nein? Gut, dass mir das eingefallen ist. Oh, wow. Schaut mal, Freunde. Das passt perfekt. Jetzt können wir die Kasse ganz einfach öffnen und schließen. Aber wir müssen auch ein paar Zahlenknöpfe machen. Wir fangen mit der Nummer 1 an. Bringen wir sie in Form. Oh, was für ein perfekter Kreis. Hey, seht euch das an, Leute. Sieht aus, als hätten wir alles für die nächsten Schrift. Was wird das wohl sein? Sieht aus, als wäre ich dran. Wow, diese Knöpfe sind erstaunlich. Aber es fehlen Zahlen. Rate mal, mein magisches Notizbuch wird sich insnitzelig erweisen. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Alles erledigt. Meine Magie funktioniert noch. Jede Nummer hat hier ihren Platz. Was ist das? Interessant. Aber Detektiv Sam wird dieses Rätsel im Handumdrehen lösen. Lass mich nur... Warum ist das so klebrig? Halt, Detektiv. Ich übernehme jetzt. Mit dem doppelseitigen Klebeband kleben wir die Knöpfe fest. Das wird perfekt. So ist's gut. Susi, ich bügele meine Arbeitskleidung. Nein, das ist doch kein Spielzeug. Aber genau das brauche ich. Schau dir das an. Mit dem heißen Bügeleisen bringen wir Volumen in diesen Schaumstoff. Es muss nur richtig heiß werden. Genauso. Ich hab Buchstaben an mir. Sind das deine? Ja, danke für die Erinnerung. Ich wollte sie gerade suchen. Legen wir sie hier hin. Das ist ganz einfach. Genau so. Aufmachen? Sieht echt cool aus. Ja. Also, was meinst du? Es ist süß, aber irgendwie langweilig. Und Geld ist auch nicht drin. Keine Sorge. Das kriegen wir im Handumdrehen hin. Freunde, bleibt bei uns. Unsere Kitty bekommt einen grauen Streifen. Gib mir ein paar Sekunden, um ihn aus Filz auszuschneiden. Und jetzt ein bisschen Videobearbeitungszauber. Miau, den Rest mach ich. Schnell wieder Blitz. Und bumm. Susi, wir haben Kittys Pfoten vergessen. Nein, haben wir nicht. Wir machen sie jetzt. Zuerst müssen wir die beiden Teile zusammennähen. Und dann stoppen wir sie aus. Kein Problem. Kannst du mich hochheben? Okay. Eins, zwei, drei. Wow, da ist eine ganze Wolke aus Füllmaterial. Das geht schon. Schnell, mach das weg. Die Pfoten werden weich wie eine Wolke. Die zweite habe ich genauso gemacht. Da sehen sie am besten aus. Hey, was ist mit Scheinen und Münzen? Ich habe hier ein Stück Pappe. Wie schön. Und ich habe ein Stück Filz in der richtigen Größe. Setzen wir das zusammen. Jetzt machen wir einen Preis. Wie hörst du mit dem 1000-Katzen-Schein? Hey, was hast du da hinter deinem Ohr? Ah, ist das eine Münze? Wow. Mach das bitte auch mit den Scheinen. Klar. Wow, das ist aber viel, gell? Hier kommen die Scheine hin. Und hier kommen die Münzen hin. Sieht perfekt aus. Nicht wahr? Fantastisch. Unsere Kasse ist voll. Susi, vergiss die Katzendetails nicht. Natürlich, Sammy. Hier kommt der Schwanz. Oh, ich liebe es. Wir brauchen noch einen Preischeck. Hier ist es. Jetzt bringen wir alles zusammen. Und dann genießen wir das Ergebnis. Hier ist es. Oh, mein Schatz. Zusammen werden wir ganz, ganz viel Geld verdienen. Hallo, ich nehme das ab. Was kostet das? Hallo. Sie haben nicht zufällig noch mehr Essen in Ihren Taschen versteckt, oder? Was? Nein. Wie können Sie sowas sagen? Lassen Sie mich bezahlen, dann gehe ich. Ups, ich glaube, ich habe mein Potmami vergessen. Ja, klar. Sagen Sie das dem Sicherheitsdienst. Kommen Sie mit zum Polizeirevier. Auf keinen Fall. Sie klingen mich nicht. Halt! Stehen bleiben! Nicht zu schnell. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Video.